moin moin und willkommen zu einer weiteren neuen folge entschroudet so heute werden wir mal den elixierbrunnen machen und was wir noch hier so haben hier die spukpflanzen ein test der fähigkeiten und dann guck ich hier da schauen wir mal nach aber prioritäten sind heute spukpflanzen fähigkeiten und natürlich die zwei elixierbrunnen und dann haben wir noch die geschichte des anglers und natürliche befestigung aber wir konzentrieren uns erst mal hier in diesem bereich und das wird heute unsere heutige folge sein so damit wir sagen jetzt setzen wir hier einen wegpunkt damit wir gucken können wo wir abspringen können und hier aus ok let's go ja sieht gut aus sehr praktisch mit den gleitern dass wir jetzt heute noch weiter fliegen können halt so wunderbar jetzt sind wir gelandet ok bis jetzt ist das noch ziemlich ruhig aber ist das schon das dorf wir schauen mal oh das ist ein wuppi ok eine feuerstelle haben wir schon mal mit einem schlafbett sehr schön was ist das denn so diese dämlichen pflanzen hier so was haben wir denn hier was haselnüsse was können wir damit machen aber egal wir haben was neues so das looten wir natürlich mal alles ok sehr schön so dann gucken wir mal oh mein gott so viele oh mein gott stärke plus drei ok ja dann hat dieser meist schon mal ausgeliehen doch wiedersehen und hallo haselnüsse ja das ist doch wunderbar und wir sind wie immer sehr gut vorbereitet weil wir kein bar food genommen haben so jetzt haben wir doch ein problem ich habe hier vergessen den ganz hier zu holen ja 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 einmal mit profis ne gut ja das ist roh und so weiter ok das lassen wir mal so ist das eigentlich markiert ja farm immer grün ok da gibt's haselnüsse sehr schön warte mal da ist was ja nicht du mensch heute habe ich echt einen frosch im hals ey so noch ein terbon dabei plündern so was haben wir denn heute hier das umkraut ist schlimm genug diese karge lang land ist jetzt von diesen sporen verwüstet sie brechen schneller durch den boden als ich sie abschneiden kann abscheuliche dinge die galle und lacke spucken alle felder verrotten die vollnis breitet sich aus diese weide ist nicht mehr zu retten es sei alles verdammt ich werde irgendwo anders von neuem beginnen gib das an oscar weiter diesen dummkopf ich möchte ihn sowieso ich mochte ihn sowieso noch nie rotzgöre ok so was haben wir denn hier oh nice na gut 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 warte mal wir müssen hier runter ne weil hier der elixierbrunnen ist dornenfeste da haben wir schon ne da müssen wir auch noch aber wir gehen ja hier so lang ok gut da gehts lang ok oh das ist ein gegner ok wunderbar ok ok was haben wir denn hier märz jetzt ist es kaputt ok ouch ähm ja das sieht nach lehm aus ok das brauchen wir aktuell nicht ah ok hier ist das mir erstmal das heißt wir können hier einfach so rein ne na na ja ich denk schon ja ähm aber wir nehmen lieber noch nen Tank ne ist besser ja ne 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 n ne 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 So, hier geht's runter Laden uns noch ein bisschen auf So, dann wollen wir mal Okay, da hab ich was rotes gesehen Das hat nach tot gerochen Oh, den hab ich ja gar nicht gesehen So, den hätten wir auch Irgendwo eine nervige Pflanze Nein? Okay, gut Da Gut Oh, man sieht nix, ey Ach, nö, nicht der schon wieder Arsch Okay Jetzt haben wir nur noch diese Viecher Wo ist hier ein Spawner, ne? Genau, hier Okay So, wo ist die Wurzel? Nö, hier noch nicht Hier auf jeden Fall auch nicht Ah, da Ich hab ihn gesehen Da haben wir ihn Äh Okay Das sieht nach Action aus Oh, mein Gott Das riecht nach XP hier Na, wer war das? Natürlich er Okay Super Das war der erste Okay Dann wollen wir mal weiter Da hab ich jetzt, ey Kein Bock zu looten Ey Okay Hier ist doch kein Schatz Oder so, ne? Nee, nee Gut Dann würde ich mal sagen Dann können wir jetzt hier rausgehen Und dann bewegen wir uns zum nächsten What? Oh nein Warte mal Das ist ja ganz was anderes hier Okay Okay, 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 okay Wartet So Dich nehme ich als nächstes Dich nehme ich als nächstes Okay, da ist er Spawner Ah, okay Warte mal Hier war doch eine Kiste, ne? Hier, genau Äh Wow Kennen wir noch Brauchen wir nicht Boah Los, Eck hier Hier ist nichts, ne? Okay Na, komm Okay, wunderbar Das wäre dann erledigt Ähm Das bedeutet Ähm Jetzt müssen wir mal gucken Ich glaube, wir müssen hier raus Wenn das von hier aus geht Dann müssen wir, glaube ich, einmal hier so rum Oder wir können hier direkt hier hin Ne? Ich weiß es nicht Ähm Wir müssen gucken Nee Das sieht nicht so Dann hört er noch aus Ist ja nichts hier drin Hier sind noch mehr Gegners Ähm Wir sind jetzt hier, ne? Okay Ja, dann kann es ja nur Diese eine Stelle sein Wo wir rauskommen Was war denn das denn? Was war das hier? Nein Was sind das für Achso Das sind nur diese Steine Junge, Junge, Junge Äh, ich will hier doch nur einfach raus Wie kommt man hier raus, bitteschön? Ähm Ne Wir gehen einfach mal hier diesen Weg Okay, gut Äh, wir haben jetzt nachts, ne? Gut, dann wollen wir mal So Dann müsste das jetzt hier rausgehen, ne? Oder? Was? Okay Okay Puh, okay Ach, wir sind immer noch im Miasma Wo genau sind wir denn? Da fehlt nur noch eine Stufe Hm Ne, so wird das nix Ne Okay Okay, gut Äh, noch ein Stückchen Äh, du hast Miasma sehr gerne Ja, ne Ne, gibt's ja sogar Okay Sehr komisch Und das im Miasma Hm Ähm Ne Da geht's runter Ne, ich will einfach hier nur raus Na gut Dann müssen wir uns mal ein bisschen hochbrüllen Na Warum rutscht der mal runter Okay Okay, wunderbar Jetzt sind wir ja richtig draußen Ah, das sind ja diese Bäume Und die sollen Harz geben So Äh Natürlich komm ich da nicht ran So Äh Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier Ähm Wir brauchen das als Orientierung Ich weiß nicht Wir schauen mal Ob wir geradeaus einfach so weitergehen können Ist das eine Pflanze? Oh mein Gott Immer schön aufpassen Okay Es könnte sein, dass wir vielleicht eventuell da hochkommen können Ich weiß es nicht Naja, das ist viel zu hoch, ne Junge Hier sind aber ganz schön viele Monster Okay, cool Ähm Was ist das für eine Höhle jetzt hier? Oder ist das etwa in der Höhle? Versteht was? Ja, okay Wir schauen mal rein Höhlenpassage Ja Was? Okay, okay Chill, chill Was ist noch ein Schweinchen? Mehr Okay Alright, ich hab's on Okay Ja, das ist eine Höhenpassage Da muss doch irgendwas drin sein eigentlich, oder? Oder ist es einfach nur so ein Durchweg? Egal Gehen wir mal weiter Ähm, ja genau Markiert ist es hier Das sind noch mehr Gegner Okay, okay So, ähm Ist ja noch dunkel, deswegen machen wir noch mal einen Tank Ähm Achso, das sind Erdbeeren, okay, okay, okay So, wunderbar Ähm, die Erdbeeren, die bringen doch hier plus eins, ne? Ne, plus drei hier, Dingens hier Ah So Äh, da geht's lang Ist das etwa da oben, oder wie? Ne, da ist es doch Äh, sonst ist hier nix, oder? Quest aktualisiert Verborgene Jagd, äh, gründe Okay Ja, 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 ja So Unser Stern Oh Cool Alle Obelisten sind schon mal ein düster dickig, äh, gefunden Gut, ähm Unser Stern, äh, im Dunkeln Blendend, äh, blendend, äh, zuletzt Primitives Lebenselixier Extraiert, verdünnt Und archimistisch, äh, bearbeitet Verwandelt Verklärt Geschmolzen und neu geboren Unfassbare Macht Die Körper der Jüngsten im Glutal erfüllt Sie verdirbt Wir haben versagt Geblendet von unserem Gleichmut Wir sollten unseren Blick wieder Gen Himmel richten Denn, äh, diese leere Kern Kann nicht mehr gerettet werden Schön Ähm, was ist jetzt damit? Was, was ist das? Außer es sei Hier sei nix Okay Gut, ähm, dann schauen wir mal Äh, was ist das denn? Ist der neu? Okay, 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 okay Ähm, dann würde ich sagen Als nächstes kommt der nächste Brunnen Dann müssen wir nur noch gucken Wie wir hier rauskommen Ich denke mal, ja So wie wir hier reingekommen sind Ja, wir gehen halt so lang Dornenfeste, warte mal Riferium der Flamme Da hätten wir auch noch eine Da waren wir auch noch nicht Oder wir gehen erstmal dorthin So, aber das Problem ist Es ist dunkel Ich sehe einfach gar nichts Wohin Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus Okay, weitere Gegners Was? Hier sind noch welche Okay So, dann schlagen wir uns mal durch Ähm Okay Dornenfeste Ach nein Das ist nur ein Berserker-Tipp Wow Früher war er ja noch richtig gefährlich Was ist das denn? Äh Nö Das sind ganz normale Pflanzenfaser und Kamillen Okay Okay Ah, das ist noch ein Berserker So Ey, was ist denn hier los, ey So viele Gegner hat's, ey Okay Okay Auf jeden Fall ist hier sehr viel Action Ja Der wird's wissen, oder? Ach, der ist auch noch einer Junge, Junge, Junge Hier war ja was los Im Ernst Was war denn das denn? So, was haben wir denn hier? Hm, hm Was ist denn da los? Kann ich nicht looten, oder was? Wieso kann ich das nicht looten? Das ist sehr weird Ah, wie geil ist das denn? Im Ernst, wo kommst du denn her, bitteschön Lass mich einfach reparieren, mein Freund So, wunderbar Oh, ne Kiste Im Ernst Okay, gut So, 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 so Ja, dann looten wir mal hier Unser ganzen Kram hier, ne Weil das ist sehr viel Metallschraub Das wäre echt gut gebrauchen, ne Was? Ähm Okay Wie bitte? Was? Von wo denn, bitte? Von dort oben, oder wie? Tatsache, da versteckt er sich, dieser kleiner Pisser Ähm Sollst du nicht schlafen legen, mein Freund Sollst du ihn looten? Danke Ah, okay, okay, okay Ach, was macht er denn da? So, komm hoch mit dir Dann gehe ich einfach so ganz normal Was? War denn das schon wieder? Also manchmal will er, äh Da spülen mich hier ein bisschen toll, ne So, äh, das kann weg Das kann weg Kann ich das auch schrotten? Nein Das ist ein bisschen schade Okay, gut Ähm Wir sollten ein bisschen weiterziehen, ne Hui So, was ist hier? Okay So wie es aussieht, da nix besonderes Äh Wait a minute Was hat er jetzt im Target? Was geht doch da lang, ne? Hä? Ach, stimmt ja Die Flamme Das hat mich ja auch ein bisschen getriggert Natürlich wollen wir auch noch zum Elixierbrunnen Aber die Flamme hat mich ja auch noch Und, äh, natürlich Den Anreiz gegeben Das zu untersuchen Okay, ähm Hier ist nix, ne? Ne, okay Äh Geht's echt hier lang? Okay Na, klasse Was? Was? Achso Ich dachte, das wäre ein neuer Gegner hier, ey Aber das ist ja nur so ein Baum So, ähm Wo soll das denn jetzt bitte sein? Na, das ist über uns, ne? Guck mal da Irgendwie, irgendwie müssen wir dort hoch Äh, wir gucken uns mal Warte mal, kann man hier klettern? Äh Sieht so danach aus, okay Äh, warte mal Okay, 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 okay Ähm Trank der Brut So Dann wollen wir mal Na, sonst ist hier nix, ne? Cool Wunderbar Da haben wir unsere Flamme Wunderbar Das wäre erledigt Gut, 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 gut Ähm Dann würde ich mal sagen Jetzt gehen wir zum Schluss Äh, zum Letzten Wir haben keine Zeit Wir müssen weiter Gut, gut, dann nehmen wir noch, äh Den gehen wir uns hier noch ein bisschen mit So, wunderbar Ähm, wir haben ja Honig, ne? Und Honig ist ja zum Beispiel ganz cool Deswegen benutzen wir das mal Das wäre auch schön Wie mellan Ja, das wäre Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Sie Sie Das war's. Okay, die hätten wir auch. Ah, scheiß Schlamm. Okay, und da sind wir wieder zurück bei Miasma. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo die Stelle ist. Ah, das sollte ja irgendwo in der Nähe sein. So, jetzt sind wir wieder zurück. Junge, wo ist denn der Feigling? Okay, gut. So, das muss ja, glaube ich, die Stelle sein, ne? Ja. Okay, wunderbar. Dann wollen wir mal. Äh, können wir es von hier aus sehen? Ah, ne, ich sehe ihn nicht. Okay. Okay. Okay, cool. Oh, da kommt der. Ah, ne, ich sehe ihn nicht. Okay, good. So, wo ist die Wurzel? Die hätten ja. So, das sind auch ein Spawner. So, jetzt nerven die uns nicht mehr. Oh, das sind Schütze. Okay. Oh mein Gott. So, aufpassen. Okay, da hinten ist die Wurzel. Kommen wir da überhaupt hin? Oh mein Gott, das sind Fässer. Das hätte uns umgebracht, wenn wir da jetzt reingestürmt werden. So, ähm. Okay. Wir sind hier runtergesprungen, ne? Aber wir müssen ja zu ihnen hin. Was? Ach, nö. Okay. 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 Ja, das ist ne echt ne ordentliche Strecke. So, weg mit dir, du scheiß Spawner. Okay, gut. Äh, wie soll ich hier lang gehen, ne? Genau, wir kommen hier immer näher. Da ist die Brücke. Okay. Oh, oh, oh. Okay. So, das hätten wir auch. Äh, wow. Schön, dass ein Zauberstab brauchen wir nicht. So, äh. Ist das ein Boss? Hm, warte mal. Wir sollten erst mal futtern. Oh mein Gott. Da ist ja was runtergefallen. Oh mein Gott, hier ist ja noch mehr Tod. Das ist ja überall sehr tödlich hier. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ey. Das ist so gefährlich. Aber er ist tot. Puh. Äh, was ist das denn? Brustpanzer, das Bogenschützen. Ohne schlecht. Gut. Ja, wunderbar. Dann hätten wir jetzt diese Wurzeln jetzt auch, äh, beseitigt. Und, äh, ja. Es ist sehr gefährlich hier zu kämpfen, ey. Man sieht ja, wie viel, äh, Fallen hier sind. Wenn man hier einen Fehler macht, dann, äh, ja, gute Nacht. Oh mein Gott. Das wäre ja der Tod gewesen, ey. So, ich lasse mich hier erstmal so lieber, äh, manuell stürzen. Okay. Wunderbar, wunderbar. Ja, dann haben wir unser Ziel erreicht, was wir wollten. Äh, unsere zwei, äh, Elixierbrunnen, die wir ja machen wollten. Und dann halt noch, äh, andere Fähigkeiten. Äh, Fähigkeiten-Quest. Okay, wir gucken mal. Sehr schön. Äh. Dich nehme ich auch noch mit. So, denn jetzt müssen wir eben mal kurz, äh, auf die Map schauen. Ja, wir sind ja safe, ne? Ja. Gut. Ähm, was haben wir denn noch hier? Wir haben noch das hier, ne? Und dann... Achso, ja. Da müssten wir auch noch hin. Das können wir von hier aus ja machen. Und solange wir ja noch hier sind, ähm, werden wir halt hier, ähm, noch diese Wege hier noch machen. Oder so. Genau wie das hier. Das hier. Ich muss noch aufdenken, was das hier ist. Und auf jeden Fall das hier noch. Und dann sind wir, glaube ich, äh, mit dem zweiten Biom, glaube ich, komplett durch. Denn im ersten sehe ich ja nichts mehr. Hier könnte vielleicht noch was sein. Ich weiß es nicht. Aber... Äh, hier könnte auch noch was sein. Das ist, äh... Das ist in mir erstmal, genau. Gut, 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 gut. Ähm, ja. Was wird dein Ziel sein? Auf jeden Fall, was noch alles in mir ist. Aber wir werden erstmal schauen, ähm, wie es dann weitergeht. Entweder wir ziehen uns zurück, oder wir machen weiter. Egal, ich bin hier in die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dahin. Tschüss.